Hier haben wir die Schuhkabine, Veranda, Komfort-Toilette, Dusche getrampt für vier Personen, Kabine V.D. Und Matthias, was gefällt dir am besten? Die Kabinen sind super schön, die sind unheimlich groß. Was ich ganz toll finde, hier ist Platz einmal für die Kinder. Oder für vier Personen. Oder für vier Personen, dann ist hier eben halt das Elternbett. Draußen ist eine Sitzgelegenheit und auch gleichzeitig die Hängematte. Und ich finde auch von der Größe her, ja, ist es eigentlich so, dass man da mit vier Personen auch ganz gut Platz nehmen kann. Dann hier vorne, was ich besonders schön finde, ist zum einen, dass wir Dusche und Toilette getrennt haben. Das heißt, hier ist einmal die Dusche mit Waschbecken. Und hier auf der anderen Seite habt ihr dann separat die Toilette auch nochmal mit Waschbecken. Und da kann man sich auch, finde ich, super zu fett fertig machen, weil immer zwei Stück zusammen sich fertig machen können. Und vom Platz angeboten ist es für vier Personen unheimlich ausreichend. Ja, super toll. Und zu fett kann man schön in der Verandakabine auf jeden Fall zu fett kann man schön rein. Und man kann auch mit vier Erwachsenen rein. Man hat ein gutes Bett. Das Bett ist genauso schön. Kann man unten und oben, wenn es einem nicht ausstört, mit vier Personen zu übernachten, ist das ideal.